Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Gemütliches Infekt. Da sind wir gestern stehen geblieben. Ich kann mich erinnern. So, na dann. Hier nochmal rein. So, der ist ja fast voll. Das ist ja super. So, schauen wir mal, ob wir da auflaufen können. Gab es hier nicht einen kleinen Angriff hier? Ich denke schon. Ja. So, ich brauche einen Raperer Toolhammer. Hier. Danke. Ich brauche hier... Oh, da drinnen. Leucht's noch? Die Öfen. So. Bäm. Okay. Wunderbar. Ja, große, große Sache hier. Schön. Finde ich gut. So, der kann da rein. Dann löschen. Ach so. Sorry. So, die Stöckchen. Ich dachte, wir brauchen mehr. So, wir löschen das. Wir nehmen das. Wir löschen das. Wir sind da fast durch. Haben hier noch Fasern. Hier haben wir noch Rinde. Das ist gut. So, dann machen wir mal den. Mit alle. Sind acht Stück. Okay. So. Dann haben wir den. Mit dem. Und dem. Super. So, die Tür machen wir auch mal auf. Jetzt schauen wir da rauf. Was uns hier alles noch fehlt. Für die Pumpe. For the Bump. So. Acht Mechanikteile. Boah. Sehr viel fehlt uns da noch. Die Frage ist, haben wir unten Mechanikteile irgendwo drin? Wahrscheinlich. Also unten oder oben meine ich. Hm. Gut. Dann gehen wir mal hier rauf. Da her. Ah. Sind noch nicht so weit. Gut. So. Dann haben wir den. Und den. Alles aufgebraucht. Großartig. Das ist wunderbar. So. Dann würde ich sagen, den Wagen leeren wir mal aus. Hier und hier. Super. Der kommt da rein. Wir nehmen uns hier aus dem Holzscheitständer ein bisschen was für hier. Damit das langsam aufgefüllt wird, oder? Ja. Ich denke schon, dass das gut wäre. So. Und er hier. Und die zwei legen wir da auch dazu. Dann laufen wir rauf. Und schauen, was wir haben. Was wir haben. Oh, was wir haben. So. Den nehme ich mit. Der ist klein. Den nehme ich mit. So. Wunderbar. Ach ja. Und jetzt gehöre ich da. Was ist denn das da? Ein Ray. Ich dachte schon. So. Da war ja die Frage, warum wir hier zumachen. Ich will da offen haben. Ich will so einen richtigen Durchgang haben. Nicht so einen kleinen Mini-Durchgang. Da kurz den Schatten stellen. So. Läuft. Läuft. 460 verfügbar. Das ist natürlich der Hammer. So. Mechanik. Bam. Machen wir das? Klar. Warum nicht? Oder. Und das wäre auch eine coole Sache. Moment. Wir füllen hier mal nach. Ja. So. Stehen das mal. Da hier. So. Und wenn wir da einen zweiten planen würden. So. Hier. Zum Bleistift. Ist das gerade? So. Jetzt schon. Bam. So. Der braucht natürlich auch Mechanikteile. Die fülle ich da mal ein. Auch Eisenteile. Drei Brettchen. Ui. Mal drei Brettchen. Ja. So. Viele Eisen. Und zwölf Elektrik. Ich glaube so viel haben wir nicht. Nö. Sechs Stück. So. Elektrik kriegen wir hin. Elektrik kriegen wir hin. Rinder. Fasern. Und bam. Haben wir da jetzt noch irgendwo? Nö. Da nicht. Hier. Eins. Zwei. Drei. Die nehmen wir auch alle mit. Die nehmen wir nicht mit. Die nehmen wir mit. Ja. Passt. So. 15 Eisenbahnen sind drin. Ja. So schlimm ist das gar nicht mehr. So. Wir holen uns hier mal schön Holz. da können wir jetzt den hier machen. Da, da, da. Den Rest füllen wir da ein. Wunderbar. So. Fasern werden wir auch irgendwann mal auslagern. Wobei, die könnte man vielleicht anzünden. Irgendwer schrieb mal. Nicht wegwerfen, die kann man anzünden. Dann werden wir das wohl machen. Bei Gelegenheit. So. Viel Elektrik. Und fünf Eisenbahnen. Wenn wir das da weg machen. Das da mitnehmen. So. Ah, das ist natürlich schade hier. Oh, da brauchen wir ja auch noch. Ja, ist trotzdem 280. Super. Na, Moment. Dann werden wir das mal machen. Und das mal machen. So. Rauf mit uns. Oh, das kann man alles wieder ernten. So. So. Ab in den Verderbekasten. Da müssen wir eigentlich auch noch. Na ja. Für den Moment. Muss es so. Ach. Reichen. Dann haben wir hier unten. Oh, da ist Platz. Wunderbar. Wunderbar. Ja, wir könnten natürlich Steinchen einschmelzen. Ja, aber ehrlich gesagt. Wollte ich mir das ersparen. So, den stellen wir mal da her. Ah ja. So, Pfasern. Rinde. Haben wir da jetzt noch Fragments? Ja, ein Stück. Okay. Machen wir mal den rein da. Wunderbar. Anzünden. Dann kriegen wir zumindest mal 10. So, die Mechanikteile bringe ich nach oben. So, 13 sind da. 18, 20 fertig. Super. Das heißt nur noch 20 Elektrik und 46 Eisenbahnen. Super. Ach ja. Gut. Jetzt 46 Eisenbahn. Mhm. So. Passt. So, das müssen wir dort auch natürlich weiter betreiben hier. So, zuerst mal die rein. So, da oben gehört ja auch noch eine Wand drauf. Eine Wand, eine Wand. Denn das ist uns wohl bekannt. So. Vier Brettchen. Sehr gut. Sehr gut. So, das ist gut. Das ist gut. Oh, die Mechanik müssen wir weglegen. Mechanik. Hier. Gabel. Hier. Plastik ist gut. So. Nehmen wir mal das Alu. Das nehmen wir auch mal mit. Wir brauchen hier oben Ofen. Es hilft nichts. Wir brauchen hier... Ich wollte es mal eigentlich ersparen. So lange wie möglich. Aber wir brauchen hier oben einen Ofen. Einen ist gut. So. Ja. Super. Hier rein. Alu 15 ist drin. 6 Stahlbahnen. 20 Schrauben. Haben wir 20 Schrauben? Ja. 6 Stahlbahnen fehlen noch. So. Das kann da alles rein. Wir räumen die Schräubchen weg. Aber ich glaube, wir werden das austauschen mal. Also Elektrik und so weiter da hinten. Aber... Äh... Ja. Im Moment. Im Moment ist es worst. So. Wo sind denn eigentlich die vielen Ziegel, die wir hatten? Neun Stück. Okay. Viele Ziegel. Ja. Genau. So. Dann schauen wir mal runter. Den lassen wir da stehen. Wir gehen noch mal ganz runter. Ja, ja. Es ist natürlich die Frage. Der Ölsauger wäre schon auch super. Oh. 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 Hier sind sie. Hier sind sie. Hier sind sie. Die bringen wir mal nach oben. Die bringen wir mal nach oben. Oder werfen die da in die Pumpen? Nein. Nein. Oh. Es wird wieder Herbst. Wir schauen gleich nach. Wir schauen gleich nach. Da müssen wir zumachen. Oh. Winter. Großes Haus. Muss alles geheizt werden. Oder wir verbringen den Winter. Das will ich aber eigentlich nicht. Hm. Unten im Häuschen noch mal. So. So. Was haben wir denn da? Wir haben Plastik. Wir haben 1, 2, 3, 4. Wir brauchen das und das. Dann haben wir den hier. Einmal, zweimal, dreimal. Alle. Super. Oh ja. Da brauchen wir ja noch viel mehr. So. 8. 8 Elektrik noch. Wow. Die 2 nehmen wir mit. Ja. Wobei. Ich glaube schon. Dass wir das bald hinkriegen können. So. Sand. Alles rein. Fragments. Nehmen wir mit. So. 1, 2. Da machen wir mal Stahl draus. Und das da machen wir auch Stahl draus. So. Wir haben so viel Zeug. Moment. Ja. So. Das kommt da rein. Das kommt da rein. Das. Nein. Das kommt auch weg. So. Und da machen wir mal das rein. Und den mit ihm hier. Und eigentlich können wir auch die da rein tun. Die da rein tun. Die da rein tun. Das können wir auch weg tun. Und das auch. Es ist kein Platz mehr. So. Das und das und das. So. Wir machen ein bisschen Stahl. So. Er mit ihm. Alle. Ja. So. Und die verwursten wir alle zu Eisen. Würde ich mal sagen. Was ist das da? Ja. Ja. Da haben wir auch noch so. Das nehmen wir dann mal alles mit. So. Und von denen auch. So viel über hier halt rein. Oh. Super. Das passt perfekt. Passt perfekt. So. Ja. Ich weiß. Der Herbst. Der Herbst. Der Herbst. Kriegen wir schon hin. So. Und runter. Was sind die fertig? Das wäre super. Und dann mal mit anzünden. Wunderbar. Mit anzünden. So. Die drei kommen weg. Aber dafür mit ans. Ein Schwein. So. Super. Und die lassen wir so laufen. Jetzt rein mit uns. Jetzt schauen wir noch. Was wir aus der Höhle gewinnen können. Ah. Schön. So. Ja. Okay. Oh. Ja. Sehr schön. Mit Kopfhörn und so. Ist doch toll. Fragments. Fragments. Ich packe mal. Na. Alles da rein. Alles da rein. Und alles da rein. Die werfe ich da dazu. So. Das müsste bald fertig sein. Großartig. Großartig. Ich freue mich. Aha. Ja. Hinata. So. Liebe Grü... Ist gar nicht fertig. So. Das kommt da auch rein. Ist natürlich eine Frage. Füllen wir jetzt gleich noch an? Nö. Das können wir noch abwarten. Das können wir noch abwarten. Oh. Ich bin aufgeregt. Ja. Bald. Bald. Meine Lieben. Bald. 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 Aber das können wir löschen. Auch schon. Da haben wir den. Da haben wir den. Alle raus. Das können wir löschen. Auch schon. Und die werden auch schon fertig. Das können wir löschen. Auch schon. Super. So. Bann. Was legen... Eins, zwei, drei. Das legen wir weg. Ja, wobei, mitnehmen können wir es auch eigentlich. Auf drei nichts mehr. Nein, haben wir nicht. So, den Wagen lassen wir mal da stehen. Ausnahmsweise. Ah, wenn der Winterwald kommt. Ui, ui, ui. Und wir müssen ja arbeiten. Ui, ui, ui. So, was braucht er noch? Zwei Elektrik. Wir holen uns mal Plastik. Eins, zwei. Mehr Plastik brauchen wir nicht. So, er mit ihm und das da. Bäm. Yeah. So, da kommt das rein. Was fehlt noch? Zwei Stahlbaden. Okay. Das kriegen wir hin. So. Dann haben wir das und das. Elektrik da. Ja, ja. Uah. Oh, das war knapp. Sehr cool. So. Und er hier. So. Oh, ich denke mal am Wochenende. Und ja, wir werden so lange noch warten. Am Wochenende kriegen wir das fertig. Nicht das da. Das da. Wird dann natürlich spannend. Bezüglich des Energiebedarfs. Aber ja. Wird spannend. Ist so. So. Wir schauen mal herauf. Zwei Stahlbaden bräuchten wir eigentlich nur noch. Ah ja. Werden wir hinkriegen. Also, für den Ölsauger meine ich jetzt. Den werden wir natürlich nicht immer aufdrehen. So. Yeah. 30 Eisenbahnen nur noch. Und 20 Elektrik. Das ist gar nicht mehr so viel, wenn man sich überlegt. Wenn man sich überlegt, was ein Haus kostet. So. So. Der Spezialbalkon. Und da werfen wir jetzt eine Kohle rein. Würde ich mal sagen. Oh, wir haben da gar keine Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Hier. Ach, der Bär nervt ein bisschen. Nicht viel. So. Bam. Und burn. So, schauen wir gleich mal. Jetzt bin ich doch ein wenig erschrocken. So, wir brauchen Stahl. Ja, Kopfer brauchen wir auch. Klar, wegen Elektrik. Und Kobalt brauchen wir auch. Alu brauchen wir für die Photovoltaik. Und später für die Windräder. Ja, wir brauchen das alles. Alles. So, da haben wir Zeug drin. Dann würde ich mal sagen. Zünden wir es an. Bam. So, und da legen wir es einmal nur rein. Oder? Nein, da zünden wir es auch an. So, Fragment Stier hier. Ich freue mich schon. Ich freue mich schon. So ein paar kann man ja mitnehmen von denen. Also, der Speer fehlt. Was ist, wenn wir jetzt den Bären begegnen? So. So. Das ist gut. Dann machen wir mal den. Sand brauchen wir im Moment gar nicht so. Dringend. Das nimmt alles mit. Das kommt weg. Ja, da würde ich mal da. Hier. Alles rein. So, was war das nochmal? Zweimal Stahl. So, nö. Aber nö. Wo sind denn die? Habe ich die schon mit runtergenommen? Ah, die ist stahl. Wirklich? Ja, faszinierend. Nahrung ist hier schon da oben. So, dann schauen wir da mal. Droppen. So, wir haben einmal das hier. Das mit ihm. Alle. Dann haben wir ihn hier. Droppen. Und das mit ihm und ihm. Alle. Bam. Wunderbar. Wunderbar. So, den füllen wir mal runter. Und wieder dieses Gefühl. Ei, ei, ei. Mit dem Winter. Wir müssen alles fertig machen. Und jetzt haben wir schon wieder. Wir haben für den ersten Winter so schön unser Häuschen da unten fertig bekommen. Und jetzt kommt der zweite Winter und wir haben das Häuschen. Das obere nicht fertig. So. Das ist mir gut. Wobei, das können wir wegräumen. So. Winde. Fasern. So, da haben wir es. Ja. Hier. Bam. Das haben wir hier. Nö, das löschen wir nicht. Das löschen wir nicht. Da haben wir das, 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 das. Das. Fragments 3. Das reicht nicht. Aber. Wir haben ein bisschen was hier. Oh, Aufregung. Meine Lieben, wir nähern uns schon wieder dem Folgenende. Wacht, das gibt es ja nicht. Wie schnell die Zeit vergeht. Oh, da müssen wir zumachen. Auf jeden Fall. Wir können im Winter ja wieder aufmachen. Äh, im Winter, im Frühjahr dann. Das ist schon fertig. So. So. Wir brauchen Plastik. den mit ihm und das da alle. Bam. So. Ja, ja. Ja. Steinmühle 2. Annehmen. So. Wir brauchen einen Verwässerungshammer. Da haben wir sogar einen. Da haben wir. So. Und wir brauchen Gabel. Gabel, Gabel. Hier. Ja, wir brauchen eh nur eines, glaube ich. So. Moment. Ach, von hier. Okay. Dann. Er hier. Von hier. Zu hier. Wir laden uns da mal voll. Dann bringen wir die Kiste natürlich unten hin. Hallo. Super. Wunderbar. Ups. So, das haben wir da. Das brauchen wir hier. Da ist alles gut. Das würde ich aber sagen. Füllen wir oben, wenn es sich ausgeht, noch ein. In den da. Und in den da. Das ist doch super. So. Fragments. Und hier kommen dann auch die Fragments. Ja. Fragments haben wir dabei. Das eine Teil. So. Die lassen wir da. Ach, geht schon los. Gut. Elektrik. Ja. Wobei, vielleicht nehmen wir die mit. Plastik. Jo. Und hier haben wir alles verschieben. Und alles verschieben. Alles verschieben. Die vier Elektrik nehme ich mit runter. Wir müssen uns umziehen. Jetzt ist schnell kalt geworden. Ah, das ist natürlich auch widerlich. Widerlich. So. Das beim Zurücklaufen. Ja. So. So. Elektrik haben wir. Vier. Bam. Brauchen wir nur noch. Uah. Sechzehn. Super. So. Alle mitnehmen. Alle rein. Das können wir jetzt löschen. Bam. So. Die vier. Das ist gut. So. Dann brauchen wir unsere Jäckchen. Wir ziehen mal aus das T-Shirt. Und haben hier das Jäckchen. Das T-Shirt kann da rein. Das nehme ich mit. So. Jäckchen. Bam. Oder? Super. Ach. Ach. Okay. Dann legen wir die zwei Bretter trotzdem noch da rein. Ja, ja. So. Das werden wir dann oben verwenden. Brocken. Fragments. Kohle. Barren. Barren. Alles leer. Super. Super. Sehr gut. Wenn wir uns da noch erst... Ich glaube, der Schwein ist schon wieder gefangen. Meine Lieben, wir müssen die Folge beenden. Ei, ei, ei. So. Hallo, Schweinchen. Ja, wir werden dich noch schlachten. Wobei, eigentlich nicht mehr. Na ja. Ich glaube nämlich, dass das weg ist, wenn wir jetzt speichern. Arme Schwein. Wo machen wir zu? Wo machen wir zu? Ich würde es am liebsten gar nicht zu machen. Ja, super. So, was brauchen wir hier noch? Stahl brauchen wir. Genau, zwei Stahl. Das ist theoretisch gar nicht mehr so schwierig. So. Rinder hier. Fasern hier. Ja. Da um haben wir erts. Ach, komm. Ja. Ja. Ah, so ist es gut. So. Passt alle Steinchen drin. Jetzt können wir die da nehmen und die da, die sind schon. So, das füllen wir da ein. Und Bäm. Wunderbar. So, meine Lieben, dann würde ich mal sagen, das war es für die heutige Folge. Ich bedanke mich fürs dabei sein. Wir sehen uns wieder morgen 10.15 Uhr. Bis dann. Tschüss.